Bharatari Asana, die Stellung des Bharata, gehört zu den Hüftöffnern und zu den seitlichen Vorwärtsbeugen. Im Sitzen bring die Fußsohlen zusammen, die Knie nach außen, fasse mit den Händen um die Füße und gib dann die Fersen auf den Scheitel. Schaue dabei auf die Nasenspitze und atme gleichmäßig tief ein und aus. Diese Stellung kann verbunden werden mit Mula-Banda, dem Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln und hilft dann die Energie nach oben zu bringen.